wir sind noch immer in Hürtt knapptag beim Sommerfest dieses jährige 2016 und hier kommt auch wieder eine neu formierte tanzgruppe eine kleine und sie nennt sich die rahmkamellchen die kommen aus Hürttwischenich und waren hier zu Gast um hier auch Spaß zu haben und den Leuten was zu präsentieren im Showtanz wie es sein soll und das haben wir auch gesagt haben okay wir sind dabei gekommen und stellen euch mit einem Video was hier ist im Sinne mit mehreren Tänze auf sechs Minuten geschnitten ist und wir freuen uns dass solche Gruppen immer wieder auch im erwachsenen Bereich doch noch immer Interessen haben solche Freizeitaktivitäten wahrzunehmen hier im Spaß zu haben für die Gäste ob es hier ist oder woanders ist sie treten auf viele Feste auf privat auch auf Sommerfeste und aber auch auf Karnevalsveranstaltungen für die kommende Session hoffen sie halt noch einige Auftritte zu kommen um zu beweisen können dem Publikum was sie hier rüberbringen dieser Kapi nennt sich die rahmkamellchen und kommen aus Hürttwischenich dies ist alles klar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020